Wir haben Schaden genommen. Schande, hey! Oh Gott, gekillt von einer Maulwurfsratte. Ein ganz klarer Nachteil vom Bloody Build oder Bloody Build Aspekten, die ich hier nutze. Wir können zwar okay gut austeilen, aber dafür darf uns der Gegner nicht allzu nahe kommen. Schande. Mach ich gleich. Erst würde ich mein Kram haben wieder. Da ist viel wichtiges Zeug drin in meiner Sporttasche. Geh weg! Sie ist auch gestorben. Sie ist auch gestorben. Und sie ist von der Bruderschaft. Ich nicht. So, erstmal den Kram wiederholen. Nur, ich wollte jetzt nicht unbedingt für so eine anfängliche Bruderschafts-Quest in meine Powerrüstung schlüpfen. Aber offensichtlich sollte ich das tun. Äh, wo ist denn hier der Legendäre? Ich nehme erstmal hier deine Säure und die Drüse. Wo ist... Nein, der ist weg jetzt, da! Ist doch nicht... Ist doch nicht dein Ernst, Fallout 76, oder? Also, ich stand hier. Hier bin ich gestorben. Und der Legendäre kam von da. Und der Kram scheint weg zu sein, ne? So schade. Wirklich sehr, sehr schade. Schande. Schande, 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 Schande. Aber na gut, das müssen wir jetzt erstmal hinnehmen. So, äh, Ventil. Wow! Was war denn das, bitte? Ist das... Ist das immer so? Das ist doch... Das war jetzt ein bisschen komisch, ne? Gut, sehen wir uns das Inspektionsergebnis an. Der Diagnosetest hat einige Fehler gefunden. Mhm. Flussunterbrechung in der Induktionsschleife. Einlassventile gerissen. Und der Ion-Fokussierer? Naja, der fokussiert halt ein bisschen. Oh, falsch ausgerichtet. Aber nicht genug. Und dann noch das Druckminderungsventil. Wie sah da deine Einschätzung aus? Puh, äh. Das hat's wirklich schwer erwischt. Wenn das für dich wie beabsichtigt funktioniert, muss ich leider deine Kompetenz in Frage stellen. Hey! Und dann schließlich noch die Kabel. Die waren... Naja, die waren völlig verzwirbelt und so. Und die müsste man mal wieder so richtig schön auseinandernehmen und so. Vollkommen durchgekaut. Dafür muss ich mich wohl bei den Maulwurfsratten bedanken. Und ebenso auch für das, äh... Naja, das Killen gerade eben. Ja. Ihr freundlicher Empfang deutet auch in diese Richtung. Ja. Okay. Tut mir leid wegen der Fragen. Aber im Großen und Ganzen schlägst du dich gut. Ja, dankeschön. Aber einen Test habe ich nicht erwartet. Tja, das tut niemand. Deswegen bewerte ich auf diese Weise gern potenzielle Kandidaten. Aha. Wenn ich dich Paladin Rahmani empfehlen soll, muss ich wissen, ob du es ernst meinst. Bist du aufmerksam? Reagierst du schnell? Schaffst du es, gewinnst du meine Gunst. Ansonsten... Denke ich nochmal über die Empfehlung nach. Hey, du hast es mir versprochen. Das Ergebnis unserer Inspektion bereitet mir Sorge. Einige Teile würde ich gern ausbauen und im Labor untersuchen. Da wären die Druckanzeige, der Kernprozessor und der Ionenfokussierer. Sie müssten oben sein. Wenn ich zu gut versuche, kann ich eine Menge lernen. Wenn wir sie ausbauen und in ordentlichem Zustand in mein Labor bringen. Na gut, dann sollten wir das tun. Ich möchte über den Kern machen. Also überlasse ich den Ausbau der Teile dir. Jeder Ausbau läuft ein wenig anders. Du solltest aber stets behutsam vorgehen. Ich möchte die Komponenten in gutem Zustand haben. Also sei bitte vorsichtig. Noch Fragen? Oder bist du bereit anzufangen? Nö, das wäre alles. Wir legen los. Ich bin startklar. Ich zähle auf dich. Mal sehen, was du drauf hast. Okay. Ähm. So, abgeschlossen. Und die neue Mission baue Komponenten aus den Atlas-Maschinen aus. Und die sind wahrscheinlich alle oben. Ich stecke mal die Knarre weg. Die ist ja schnell wieder draußen, wenn es hier heiß hergeht. Äh. Wo lang müssen wir? Noch ein Stückchen hoch. Ist das hier richtig? Oder? Oh, das ist... Das war die falsche Treppe. Mein Fehler. Zurück. 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 So, hier lang bitte. Und dann hier lang. Und dann die andere Treppe. Nochmal hoch. Flupp, 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 flupp. So. Wenn NPC-Hubs oder Story-Quest-Hubs keine Hintergrundbeschallung haben. So. So. Das war das Wort. So. 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 ausführen und schön die kühlpaste abkratzen und als letztes hier den ion fokussieren beweglichkeit acht jede röhre und jeden draht lösen und dann alles zusammen herausheben gute idee aber wo ist sie da oben okay ich springe hoch ich habe nämlich beutel hatte induktionsspule in dem behälter ist eine induktionsspule mit zwei dicken kabeln ein rotes und ein blaues das gerät summt und rauscht leise die kabel knistern wie baue ich die spule aus gibt es hier irgendwas spezielles nein beide kabel lösen und die spule heraus ziehen das rote kabel durchtrennen ein kleiner stromschlag ist nicht das blaue kabel durchtrennen es scheint strom zu führen aber nicht allzu viel wir nehmen das erste hier sagt das hat wehgetan das hat mich fast gekillt automatische sturmgewehr naja gut zum zerlegen und so und nun geheimnisvolle komponente untersuchen du siehst einen geheimnisvollen kannister vor dir der unheimlich leuchtet wie willst du ihn an dich nehmen hebe ihn vorsichtig aus seinem behälter tausche ihn schnell gegen einen schweren sack erde aus eine indianer jones anekdote benutze deine waffe als hebel und bricht das gerät los das geht bestimmt wirklich aber ich mache es nicht hebe ihn vorsichtig aus seinem behälter das klingt nicht gut okay dessen roboter schande wow eine sekunde ich sollte meine power rüstung steigen sofort ich bin gleich wieder da man ich bin gleich wieder da sie schafft das schon oh gott sie schafft das na jetzt sieht die sache doch gleich viel viel besser aus naja fast boom sagt 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 nicht so langsam nachladen vor wie schnell kam der dann jetzt bitte angerauscht ja wir sollten auf jeden fall immer immer während der quest hier eine power rüstung tragen anders werden wir das nicht überleben okay das wäre es soweit wir sind wieder wir sind wieder dabei nehme ich nehme ich nehme ich stahlschrott erstmal nicht aber blei blei kann man nie genug haben was immer du da gemacht hast dem sicherheitssystem hat es nicht gefallen danke für deine hilfe allein hätte ich es wohl nicht geschafft nachdem das jetzt erledigt ist sehen wir uns mal an was du gefunden hast ja die druckanzeige scheint in gutem zustand zu sein der kernprozessor ist makellos sehr gute arbeit dankeschön der ion fokussierer sieht benutzbar aus mit der induktionsspule ist alles in ordnung frisch poliert und was ist das davon habe ich ganz viel eine art kompakte energiequelle das wurde in keinem dokument und auf keinem terminal erwähnt wurde damit die ganze maschine betrieben wer weiß vielleicht es heißt ultra zieht besitzt unbegrenztes potenzial der brennstoff der zukunft ich habe geschichten davon gehört aber so viel energie in den händen zu halten projekt atlas ist vielleicht nicht mehr zu retten aber das hier könnte was sein erwartet die maschine benötigt die energie eines kleinen reaktors und die halte ich gerade in den händen ja mächtig oder ein tolles gefühl du warst eine große hilfe ich glaube unsere anwärter bekommen bald ein neuzugang ja 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 bring diesen brief zu paladin ramani sie trifft die entscheidung ob du in die bruderschaft darfst aber meine empfehlung könnte helfen das ist doch schon mal was und schaue mir die komponenten an ich muss alles katalogisieren auf jeden fall hat die ultra zieht batterie mein interesse geweckt aus ihrer rückentwicklung könnte ich eine menge lernen du erhältst auch zugang zu meinem terminal mit allen aufzeichnungen die wir gefunden haben als wir her kamen nachdem was wir gerade erlebt haben verdienst um mehr über das projekt atlas zu erfahren schau mal rein wenn du zeit hast aber danke nochmal für deine hilfe und viel glück beim paladin dankeschön können wir jetzt losgehen 70 kronkorken und der faktenfinder feuert ein zusätzliches geschoss ab ohne doppelschuss knarre ein doppelschuss revolver aber leider haben wir immer noch keine pistolen perk karten aber ich guck mal nach so faktenfinder 215 schaden wow krass kugeln explodieren und verursachen flächenschaden was zur helle das ist ja der wahnsinn doppelschuss und kugeln explodieren oh yummy 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 das ist ja klasse wir brauchen unbedingt pistolen karten da mit einem richtigen visier noch rauf dann könnte das so eine kleine sniper pistole werden die bleibt auf jeden fall bei uns sie kommt in die sammlung sprich mit paladin ramani und ich bleibe jetzt einfach mal in meiner power rüstung sobald ich wieder sobald ich wieder hier auf tour gehen muss aber wir wollen schließlich keine fusions kerne verschwenden mann getötet von einer maulwurf satte das habe ich immer noch nicht ganz verdauert ich meine mir schon schlimmeres hier in v176 passiert das wisst ihr aber naja so schlimm war es eher selten okay kann ich hier raus oder hätte ich den anderen ausgang nehmen soll ach ich nehme den jetzt hier wir werden ramani schon finden und wo steht ihr terminal das wollen wir uns natürlich angucken erst mal wieder in sicherheit so ramani die ist gar nicht mehr hier aber ich guck mal ob wir vielleicht ihr terminal finden da komme ich hier rüber na klar kommen wir rüber ob die floh da ist sie doch mensch dein terminal haben wir schon gelesen ich will ich will fall des ihr terminal lesen und ich darf jetzt sogar hier an ganz hoch offiziell mensch ich bin jetzt bei der truppe klasse endlich eine familie gelehrte weil das terminal entsperren daten für den zugriff auswählen archive des atlas observatoriums das ist immer spannend textarchiv ltc was ist ltc lieutenant colonel james oberlin ach komm wir machen einfach mal lieutenant colonel draus system zugriff für lieutenant colonel james oberlin bericht 24 1 76 lieutenant colonel james oberlin meldet sich als leitender wissenschaftlicher berater der army beim atlas programm zum dienst untersetzt major kirk bentley der als ungeeignet für die position erachtet wurde das atlas programm macht langsamere fortschritte als erwartet ich bin hier um alles dafür zu tun damit es an fahrt aufnimmt nach meinem ermessen wird washington die finanzierung kürzen falls der prototyp bis april keine verwertbaren ergebnisse bringt wir sollten für die konstruktion des atlas beschleunigers kein geld ausgeben wenn sich die technologie als inkompatibel erweist ach so einen teilchen beschleuniger haben sie hier gebaut wie cool wer weiß woran sie hier experimentieren wollten bericht 12 3 76 die prototypen haben zu mittel mäßigen erfolg geführt dr hammond konnte leichten niederschlag in einem größeren lokal begrenzten gebiet erzeugen die finanzierung des atlas programm wird fortgeführt falls dr hammond mehr in richtung hoch energetischer wetterbedingungen forscht ich habe den atlas technikern das okay für den bau des beschleunigers gegeben während wir die zugrunde liegende technologie des systems verbessern das wäre eigentlich ganz cool wenn sie nicht mir die ganze zeit reinquatschen würden um ihnen ein bisschen feuer unter dem hintern zu machen habe ich jedoch verdeutlicht dass die finanzierung eingestellt werden könnte falls es zu weiteren erheblichen entwicklungsverzögerungen kommt bericht 20 8 76 ok dr hammond konnte basierend auf den daten mit denen sein team das labor versorgt hat eine vielzahl von wetterbedingungen erzeugen der letzte proto der letzte der letzte prototyp hat zu einem schneesturm geführt bei dem es fast zu einem white out gekommen ist recht ungewöhnlich für mitte august einige lokale medien sind auf das thema angesprungen aber nichts deutet in unsere richtung die sicherheitsvorkehrungen sind streng und ich vertraue darauf dass das personal alles geheim hält das von uns installierte automatische sicherheitssystem ist ebenfalls ein anreiz dafür nicht allzu geschwätzig zu sein morgen habe ich eine besprechung mit den hohen tieren im washington bei der es um die militärische anwendung dieser technologie geht der ortsgebundene prototyp wäre in einem krieg nur von geringem nutzen könnte sich aber bei kleineren gefechten oder bestimmten geheimoperationen als hilfreich erweisen ok bericht 17 8 77 das projekt wurde vollständig für den militärischen einsatz genehmigt und ist finanziert dies könnte sich im krieg gegen china als wichtige aktiv posten erweisen stellen sie sich vor man würde das ganze land mit dicken schwarzen wolken überziehen bis alle ernten eingehen marinehäfen mit taifunen auslöschen oder schwere gewitter über luftwaffenstützpunkte schicken um flugzeuge am boden zu halten wir könnten atlas sogar einsetzen um mögliche aufstände im eigenen land zu unterdrücken die möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt meiner einschätzung nach wird das atlas system die gefahr eines ausgewachsenen atomkriegs verringern niemand würde glauben dass das schlechte wetter unter unserer kontrolle steht der atlas beschleuniger erhält weiteres personal damit wir die produktion antreiben können derzeitigen prognosen zufolge wird mit einem abschluss im ersten quartal des nächsten jahres gerechnet bericht 18 10 77 vor zwei tagen habe ich einen brief von meinen vorgesetzten aus washington erhalten wir aus heiterem himmel haben sie atlas eingestellt ich stand wie unter schock in der begründung stand nur der übliche miss von kosten senkenden maßnahmen risiko einschätzungsraten und verpflichtungen gegenüber den steuerzahlern außerdem hieß es dass weitere anweisungen folgen würden ganz ehrlich das ergibt nicht den geringsten sinn ich warte noch etwas bevor ich es mit dr hammond bespreche da ich mir sicher bin dass ihnen die neuigkeiten in ein tiefes loch stürzen werden bericht 22 10 77 wie erwartet habe ich einen weiteren brief von meinem befehlshabenden offizier erhalten ich sollte mir noch mal alle von dr hammond gesammelten daten vornehmen und die ergebnisse so anpassen dass atlas wie ein fehlschlag aussieht warum haben sie das projekt begraben dass den schwerpunkt des krieges hätte verschieben können warum taten sie plötzlich so geheimnisvoll ich hatte tausende fragen wusste aber dass es nichts bringen würde washington anzurufen und sie zu stellen befehl ist befehl hast recht ja die alten ich teilte hemmen die neuigkeit mit und der geriet sofort in rage warum denn ich bin noch gar nicht fertig mit lesen in rage ich musste ein paar militärpolizisten rufen um ihn zu bremsen denn er wirkte fast so als ob er mich umbringen wollte zum glück beruhigte er sich und verließ das gelände dann ohne ein weiteres wort ich weiß nicht ob er zurückkommt aber ich habe immer noch einen job zu erledigen das wäre soweit zu den archiven aber wir haben ja noch hier ein textarchiv dr isa kemmend nach dem vorfall mit mei bentley habe ich beschlossen dass ich eine möglichkeit brauche um meine gedanken zwanglos festzuhalten bevor ich sie absende wiederhole nicht absenden fortschrittsbericht hier ist ihr fortschrittsbericht gute wissenschaft braucht zeit kommen sie mir nicht noch mal mit dass es länger als erwartet dauert lieutenant colonel oberland oh hier steht es diesmal so ein bisschen weiter ausgeschrieben das ist das ltc für die wissenschaft sind ihre fristen bedeutungslos in der wissenschaft zählen allein die resultate und die entsprechen bis jetzt meinen erwartungen ich bin nicht blöd ich weiß jetzt warum die airforce an diesem projekt beteiligt ist und ich weiß auch dass sie es nicht ohne mich schaffen prototyp der prototyp funktioniert aber wir können ihn nicht einfach so zusammenpacken und implementieren ich hätte erwartet dass gerade sie verstehen warum das ein nötiger schritt war bevor wir unsere gesamten ressourcen in atlas stecken man kann ein derartiges projekt schnell innerhalb des budgets oder richtig umsetzen suchen sie sich zwei aus der liste aus alle drei sind nicht zu erfüllen lieutenant marx lieutenant marx mir ist bewusst dass das als höchst unprofessionell interpretiert werden könnte aber ich muss einfach sagen was für eine große erleichterung es für mich ist mit jemandem zusammenzuarbeiten der unsere arbeit hier versteht ich habe die spatzenhörner von der airforce so dermaßen satt die meisten wissen noch nicht einmal was ein nephilometer ist weiß ich auch nicht geschweige denn dass sie es kalibrieren könnten hätten sie bei gelegenheit vielleicht zeit für ein essen und ein paar drinks ich habe einige bedenken bezüglich des projekts die ich gerne im privaten mit jemanden besprechen möchte den ich respektiere es würde uns außerdem die gelegenheit geben einander besser kennenzulernen fahrt zur hölle notiz ich habe zufällig mitbekommen dass unser projekt eingestellt werden könnte falls das wirklich stimmt sende ich das hier vielleicht tatsächlich ab oder vielleicht wäre es besser im stillen zu gehen habe mich noch nicht entschieden das könnt ihr nicht machen atlas ist praktisch fertig das ist mein lebenswerk wollt ihr mich etwa auf diese weise loswerden damit die regierung atlas übernehmen kann dann schon mal viel spaß damit ihr glaubt doch nicht etwa im ernst ich hätte für diesen fall keine vorsichtsmaßnahmen eingebaut oder wenn ich ja mal gespannt was der da vorbereitet hat